Wahrscheinlichkeiten, Odds und Podots im Pokern. Pokern ist nicht nur ein Spiel von Glück und Taktik, sondern auch eins von Mathematik und Wahrscheinlichkeit. Aber keine Angst, man muss kein Matheprofessor sein. Aber ein fundiertes Verständnis dieser Aspekte kann deine Pokerfähigkeiten erheblich verbessern und dir einen Vorteil gegenüber deinen Gegnern verschaffen, vor allem weil immer noch viele Spieler im Pokern sich gar nicht wirklich mit den mathematischen Grundkonzepten beschäftigen. Kurz vorab erstmal ein Beispiel, um das Ganze im Pokern zu verdeutlichen. Einfaches Beispiel. Nehmen wir an, du und dein Freund machen eine Wette. Und ihr wettet, ob es morgen regnet oder nicht. Du bist dir ganz sicher, dass es morgen regnet. Okay, man kann sich nicht immer hundertprozentig sicher sein und dein Freund wettet dagegen. Jetzt wettet ihr beide um 10 Euro. Dein Freund investiert 10 Euro, du investierst 10 Euro. Wann würdest du die Wette eingehen? Wenn wir jetzt mal rational davon ausgehen, dass du profitabel in dieser Wette sein willst. Naja, du willst mindestens 50% der Fälle richtig liegen. Mindestens. 50% ist der Break-Even-Punkt. Das heißt, wenn du dir sicher bist, ja, es wird morgen zu 53% mindestens regnen, solltest du die Wette eingehen, weil du damit langfristig Profit machst. Es kann trotzdem mal sein, dass du Pech hast und verlierst. So ist das in Pokern. In Pokern haben wir aber immer noch ein Pod. Die Blinds, die Antis, die Wetteinsätze. Das heißt, sehr oft, wenn wir jetzt selber setzen oder unser Gegner setzt und wir müssen die Wette callen, ist es ja nichts anderes. Es sind ja nur Wetteinsätze auf jeder Street. Jetzt haben wir aber schon einen Pod, sogenanntes Dead Money in der Mitte. Wenn da jetzt 100€ in der Mitte liegen und unser Gegner setzt 50€, dann müssen wir nur noch mindestens 25% der Fälle gut sein. Das heißt, wir müssen dann mit unserer Hand einschätzen, haben wir mindestens eine 25% Gewinnwahrscheinlichkeit. Wenn es am River ist, dann sollte unser Gegner in mindestens vier Fällen oder jedes vierte Mal bluffen oder eine schlechtere Hand setzen. So, und das sind erstmal die Grundkonzepte, die Grundzüge, die sind ganz, ganz wichtig, weil darauf basiert alles im Pokern. Im Poker geht es darum, Entscheidungen auf der Grundlage unvollständiger Informationen zu treffen. Und ein Weg, diese Informationslücke zu überbrücken, besteht darin, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und wir berechnen bestimmte Wahrscheinlichkeiten von Ereignissen, die eintreten werden. Beispielsweise, mit Assen verlierst du gegen Könige jedes fünfte Mal. Das passiert relativ häufig. Wahrscheinlichkeiten zu wissen und zu verstehen ist beim Pokern sehr, sehr wichtig. Und die Wahrscheinlichkeiten lassen sich wie folgt berechnen. Angenommen, du hast zwei Herzkarten auf der Hand und es liegen zwei Herzkarten auf dem Flop. Also haben wir einen Flush-Draw. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf dem Turn oder den River einen Flush vervollständigst? Naja, um dies zu berechnen, musst du diese 13 Herzkarten, die im Deck sind, vier abziehen, weil zwei sind auf dem Flop und zwei haben wir. Also sind noch neun Herzkarten übrig. Und bei zwei verbleibenden Gemeinschaftskarten, Turn and River, beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine davon ein Herz ist, ungefähr 35%. Dafür gibt es auch eine Eselsbrücke, die ganz einfach ist, sich zu merken. Mit einem Flush-Draw hast du neun Outs. Und die Wahrscheinlichkeiten, also neun Outs im Sinne von neun Karten, die dir helfen. Outs bezeichnen immer die Karten, die uns helfen. Die Wahrscheinlichkeit, den Flush vom Flop zum Turn zum Treffen, ist 18% circa. Also neun mal zwei. Und da wir noch eine Karte sehen, haben wir nochmal circa 18%. Also vom Flop zum River sind es ungefähr 35%. Ja, das ist ungefähr. Und das reicht vollkommen. Wir müssen hier nicht 100% perfekt sein. Und vom Flop zum Turn sind es halt 18%. Mit einem OESD, sogenannten Straßendraw, oben unten Straßendraw, hast du 17% vom Flop zum Turn. Weil wir benötigen 8 Karten. Auch hier hilft die Eselsbrücke. Multipliziere es einfach mal 2, 8 mal 2, dann kommt man auf 16. Also erst nehmen wir die Outs, unsere 8 Karten, mal 2, dann weiß man, dass man über eine Straße immer 16% hat. Es geht nicht darum, die Zahlen perfekt zu können. Wenn du weißt, dass du mit deinem Open-Ended-Straight-Raw 16-17% Equity vom Flop zum Turn hast, beziehungsweise Gewinnwahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeit, deine Straßen da zu treffen, dann sind es vom Flop zum River circa 32%. Und das reicht vollkommen aus. Das ist 32,6% oder irgendwie so, jetzt um wirklich 100% akkurat zu sein. Und die Outs, die du hast, mal 2 zu multiplizieren, um die Flop zum Turn und Turn zur River-Wahrscheinlichkeit dann zu berechnen. Das gleiche kann man mit jeder beliebigen Hand berechnen. Egal, ob du versuchst mit Ass-König deine 6 Outs zu treffen. Ja, du hast ja 3 Karten, die noch übrig sind für den König und 3 für den Ass. Oder ein Gutshot-Draw mit 4 Outs. Das ist ein Bauchschuss. Zum Beispiel 10-9 auf 8-6-4. Mit der 7 treffen wir unsere Straße. Als erstes musst du immer deine Outs wissen. Multipliziere diese mit 2, um deine Wahrscheinlichkeit über eine Straße zu kennen. Und dann nochmal mal 2, um die Wahrscheinlichkeit vom Flop zum River zu wissen. Wichtig, die sind nur Annäherungswerte. Aber wie gesagt, es reicht vollkommen aus, um Pokern die Nase vorn zu haben. Aber keine Angst, bei Raise Your Edge haben wir auch in unserem 5-Tages-Kurs eine richtig coole Übersicht mit Outs und Odds. Da sieht man die ganzen Outs, die man hat, verschiedene Poker-Hände, die Wahrscheinlichkeiten, die Zahlen. Das hilft enorm. Die Odds im Poker. Odds beschreiben das Verhältnis zwischen der Anzahl der ungünstigen Ergebnisse und der Anzahl der günstigen Ergebnisse. Zum Beispiel, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Flasch vervollständigst, 35% beträgt, dann sind die Odds gegen das vervollständige Flasches 65. Also 65 zu 35 oder ungefähr 1,86 zu 1. Es ist wichtig zu verstehen, wie man Odds berechnet und interpretiert, um fundierte Entscheidungen Pokertisch zu treffen. Pot-Ods sind das Verhältnis zwischen dem aktuellen Betrag im Pot und dem Betrag, den du setzen oder callen musst. Das ist ein zentrales Konzept im Pokern. Ich habe das eingangs erwähnt mit der Wette, um dir dabei zu helfen, ob du jetzt die mathematisch korrekte Entscheidung triffst und eine Wette zu callen, also eine Wette einzugehen. Und wir können das nochmal anhand eines besseren Poker-Beispiels machen. Angenommen, der Pot beträgt 100 Euro und dein Gegner setzt 50 Euro. Um jetzt den Pot zu callen, musst du 50 Euro setzen. Das heißt, die Pot-Ods betragen in diesem Fall 150 Euro zu 50 Euro oder 3 zu 1. Weil du setzt 50 Euro, um diese 150 Euro zu gewinnen, aber du gewinnst ja deine 50 Euro wieder zurück. Wenn die Chance, den Flush zu vervollständigen, bei 1,86 zu 1 liegt, wie im vorigen Beispiel, aber ihre Pot-Ods bei 3 zu 1 sind, dann haben sie einen positiven Erwartungswert, wenn sie den Einsatz callen. Das heißt, sie machen langfristig Profit. Wie schon erwähnt, gibt es dafür auch Tabellen und verschiedenste Bet-Sizes, um sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Und in unserem gratis 5-Tages-Kurs auf Raise Your Edge geben wir da auch nochmal sehr einfache Übersichten an die Hand. Da braucht man sich keine Sorgen machen, hat man alles schön übersichtlich und das kann man auch dann zum Lernen auf jeden Fall nutzen. Man muss diese Wahrscheinlichkeitsrechnungen selber nicht machen und es ist völlig normal, wenn du jetzt ein bisschen überfordert bist und nicht so wirklich weißt, wo soll ich jetzt anfangen. Das ist ganz normal, das braucht ein bisschen. Notfalls kann man sich das Video auch nochmal angucken und anhand der Tabellen, die wir haben, das Stück für Stück lernen und verstehen. Man muss das nicht alles auswendig können, man muss nur wissen, wo es steht. Also nochmal zusammenfassend zu sagen, ein fundiertes Verständnis von Wahrscheinlichkeiten, Odds und Pod-Ods ist unerlässlich. Und beim Poker erfolgreich zu sein, braucht man aber diese Konzepte. Und es ermöglicht dir, kluge Entscheidungen zu treffen und deine Chance auf den Sieg zu maximieren. Oder langfristige Profite. Und indem du diese mathematischen Prinzipien in dein Pokerspiel interrierst, kann man sich einen deutlichen Vorteil gegenüber allen anderen Spielern verschaffen. Wie gesagt, wir wollen ja den Glücksfaktor reduzieren, aber da brauchen wir natürlich gewisse mathematische Grundkonzepte und fundiertes Wissen. Es ist nicht so dramatisch, es ist nicht so schwer, es hört sich alles komplizierter am Anfang, als es ist. Wissen